Let's gooo! Exquisa sowie Deezer. So, ich trete bei Kaschaiski! Wieso habe ich hier so'n Schlafding? Moin Mädels, moin Jungs! Ich bin's wieder, euer Kalikuschi. Scheiße! So. Wir haben es ja beim letzten Mal mal wieder nicht geschafft... Oh, da kommt ein Drop. Wir haben es beim letzten Mal ja nicht geschafft, die Viva zu jagen, weil wir erstmal mit der Ehre nach Hause mussten. Dafür machen wir das heute. Das bedeutet, wir werden jetzt hier gleich losfladern. Wir nehmen uns hier so'n Argentavis, Alter. Erstmal immer mit der Ruhe, Kalle. Erstmal müssen wir mal einen Futtertruck bauen. Also, wir können hier nicht immer so basteln. Die Leute wollen Action. Die Leute wollen Ackermatch, Ackermatch sehen wollen die. Ja gut, dann bauen wir einen. So, Fridolin, Hammudi. Was, die stärksten, die wir haben? Ah, Junge, klar. Klar, wie Klosbrühe. Klar, klar, klar. Okay, also, wir brauchen Fasern. Fasern! Ich habe Feuer gemacht. Jawoll, so. So. Runtertruck. Erstmal schnell weg. Nimm einfach die stärksten Bullen, die wir haben und dann geht's los. Warum lachst du jetzt? Ja, es wird, ja. Hä, es wird richtig gut. Ja, sag ich ja. Hä, es wird richtig geil. Ackermatch. Hammer. Was sind unsere Besten? Wie bitte? Was sind unsere Besten? Unsere Besten? Agent Havis ist es, nehmen wir mit. Ja, welche sind das? Woher? Ja, die Besten. Ja gut, dann gehe ich mal nachgucken. So, Jenny, Edel, Yalla. Falko 2 ist, glaube ich, krass. Ja, Falko 2 ist sick, glaube ich. Wir nehmen Jenny und Falko 2. Jenny 2 und Falko 2. Wallaaaaa. Wallah, alhamdulillah. Hey! Ach, Mann. Ja, witzig. So, wohin müssen wir, Kalle? Lass mich mal runter. Also, nicht runterlassen. Nein, nein, nein. Mann, ich muss was trinken. Ja, gut. Dann würde ich sagen, lass ich dich einfach mal über dem See fallen. Alter, du bist so ein Asi, wirklich. Ey, wo müssen wir hin, Kalle? Wuhu, Sturzflug. Und wieder hoch. Witzig, witzig, witzig. Das nennt man übrigens den Kamelhocker. Weißt du? Die G-Kräfte wirken abwechselnd auf einen, wenn man so hoch und runter macht. Das ist das Übelste. Das ist schlimmer als Looping. It's off! Alter, wir machen sowas wirklich aggressiv, ne? Wirklich, uff, Geburt, ey, wirklich. Ich werde angegriffen. Ja, dann geh doch aus dem Wasser raus. What the hell? 2 Meter entfernt ist Ufer. Er nimmt einfach den Weg, der 38 Meter entfernt ist. Ich werde weg von dir. Junge, das sind Piranhas. Ich bin schlimmer. Ehre. 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 So. Kalaschaiski. Wuhu. Also, Max, hast du jetzt aufgepasst, was wir alles brauchen? Wir brauchen Drachenklauen aller und Krokodilleder, Junge. Und dann brauchen wir einen Stuhl. Einen Stuhl? Junge. Wir müssen übrigens noch mutierte Herzen machen. Das heißt, wir müssen diese verseuchten Viecher f- Lalalalalala schenk ich dir heut lang. Ja, mit den Adlern, da dauern die Folgen richtig lang. Weil wir sind superschnell. Irgendwann später. Gut, ich guck mal, ob wir... Motierte Herzen. Hast du dich schlau gemacht? Ja? Ja, vielleicht müssen wir... Ob du dich schlau gemacht hast? Hör doch aus! Das ist Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Eiskalt! Werde ich dich jetzt fallen lassen! Hier ist Spitzer Draht! Wo bist du? Wo bist du? Ich bin Jesus! Oh mein Gott! Ich hätte... Ich hätte... Ohne Scheiß... Ich wäre rübergekommen und hätte die aufs Maul gehauen. Hot Summer! Äh, Hot Hot Summer! Hot Summer! Äh, Hot Hot gonna be ya! So, was haben wir denn hier? Moin Mädels! Moin Jungs! Oh, ich bin ja wieder auf dem Boden! Geil! Ey, wir müssen den deffen! Oh, das ist ein Gelber! Ja, ist das nicht ultra krass? Das Gute ist, wenn wir diese Viecher töten, können wir auch eh Herzen, oder? Nee, ich muss hier raus! Wir müssen hier raus! Hier ist Essen! Hier ist Essen! Yeah, I know! Ich weiß, Max, aber... Ich verliere Leben, obwohl ich voll mit Essen bin! Ja, es ist keine Schuld, Leute, wenn es hier nicht vorangeht! Es ist keine Schuld! Flame nicht mich! Flame, flame Gott! Ey, ich hab wirklich nicht viel Leben! Hör auf! Ich hab kein... Ohne Scheiß! Ich hab keine Lust mehr, ne? Hör auf! Ich bin so sauer! So, hier sollen jetzt irgendwie auch Krokodile sein! Die müssen wir auch noch nebenbei machen! Überleg mal, was wir hier alles jetzt noch machen müssen, bevor wir überhaupt diesen Titan beschwören können! Und im Livestream und den Folgen, monatelang, haben wir gesagt, jahrelang, dass wir den da jetzt holen, äh, dass wir da jetzt hingehen und den bumsen wollen! Und die Leute haben uns Tipps, Tipps gegeben, wie wir den finden, ne? Niemand! Nicht eine Person hat uns gesagt, dass wir, dass wir vorher Sachen brauchen! Ich mein, er ist stattdessen immer nur aller, ey, Ehre! Ahaha! Genau so war das ungefähr! Weißt du, was ich sage? Ja, ja! Das macht mich sauer! Das ist hier kein Miteinander mehr! Ja, dann lass abbrechen, die Scheiße hier! Ich hab hier noch nicht ein Herz bekommen! Wie selten sind die Scheißherzen, bitte! Was ist er denn? Was ist das? Oh mein Gott! Was?! Reaper King?! Die gibt es hier?! Versorgt?! Die sind von Dings, ne? Weißt du noch? Aberration? Ja, wenn die kein Herz haben, ey! Aber die machen uns halt, ne? Ja, die sind super stark, ne? Äh, wie war denn das nochmal? Haben die, haben die irgendwie Gift gemacht oder so? Ah, yo, siehste, die schießen auch so! Oh mein Gott! Ich wurde getroffen! Ich kann nicht fliegen! Das war's, Kalle! Ciao! Nein, nein, die hauen rein, die hauen rein! Hey, Alter, die haben Range-Attackt, dass man nicht mehr abheben kann! Holy shit! Oh, da kommt noch einer rausgekrabbelt! Ach, du Scheiße! Okay, Kalle. Lass mal... Lass mal einen... Hey, die sind immer noch an mir dran! Ja, verreckt dran! Wirklich! Ey, die haben richtig Bock auf meinen nicen Ass! Akameee! Jode 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 jode! Jode 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 jode! Jode 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 jode! Wie bei King übrigens übelst in der Nähe? Soll ich die mal hinlocken und dann bumsen die sich gegenseit? Ja, ich muss mir erstmal ausrufen. Hast du schon Herzen bekommen jetzt? Äh, ja. wie viel vier stück die herzen haben keine haltbarkeit sehr gut ich habe noch keins bekommen ja ich habe ja da die abgebaut die leute vier stück habe ich da war schon acht ich glaube wenn wir so ein also wenn wir in titan haben und hier so krio scheiße und zu bauen können dann wird es wirklich geil jetzt habe ich ein herz bekommen drei stück weil es regnet scheiße kalle alle ja guck mich mal ein bisschen abstand warte und let's go alter da kommt ordentlich raus wie viel scheiße hast du dabei okay ja egal wollen wir hier weiter ein bisschen fliegen alle es gibt viel zu realen extinction feier weibern aber wir haben ja schon mal einen gesehen das ist ja fakt ne weibern ja okay kalle die sind ganz 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 im norden gut also wir sind da schöne nähe ich komme fliegt mal einfach nach norden straight da wo dieser riesen nadelige dinge ist alle riesen feld ja könig der löwen mit nadeln weißt du lion king feld mit needles hier sind sie hier sind sie hier unten fliegen sie hier unten sind die nicht leute hey hey leute wir haben sie aber wir machen schon brutal viel schaden wenn wir die fokusen geht das schon der drache kommt der drache kommt ach du scheiße der ist super nah dran ok leute es geht los oder der nimmt sich in ohr der lilanes feuer kalle lass dir jetzt mal ackermatch machen hier ja rein in den drachen alle wir haben einen leute schaut euch den an alter die ganze erde wird dann so krass ne der jagt sich gar nicht peter oder ein lilanes feuer junge ja du musst ab und zu hauen wenn sein schwanz ist auch hitbox deshalb viel schneller als ich der schwanz ist hitbox wie bei männern was ist mit ihm er will den peteradon jetzt will er einen anderen jetzt habe ich ihn getötet ich habe ihn getötet ja habe ich ihn auch zweimal getroffen jetzt hat er jetzt hat er Bock jetzt hat er Bock jawoll da geht er easy down zwei mutierte herzen eine feuerkralle geil also der eine war ja level 26 der andere irgendwie 18 aber wenn wir jetzt jedes mal eine kralle kriegen dann machen wir die machen wir ultra schnell weg ja ich schätze mal weiter oben sind noch richtig viele da da ist ich eile oder händen ist noch ein drache anscheinend sind hier doch nicht so also alle unter dir direkten ja ja muss immer versuchen den so in flug zu fliegen irgendwie so ein bisschen das war schon mal gut geackert was ich das noch der anderen die gehen ja gott sei dank nicht auf uns ich mach den anderen jetzt der hat Bock auf mich echt hat er ja er bremmt mich ab aber du machst den save eher weg habe nicht geguckt welches level hat 36 36 und er hat keine kralle gegeben er hat nicht gegönnt hat doch ich habe eine kralle bekommen eine kralle sehr gut und drei herzen irgendwie kriegst du nie mit wenn du was ins inventar bekommst oder es steht immer so viel ich kann es so schnell lesen ich habe doch in den augen weißt du doch okay jetzt habe ich ihn sehen wir sehen dich gerade nicht habe ihn aber leider haben die drecksviecher hier den abgebaut oder mal so jawohl eine kleine kralle jungen zwölf uhr mieternacht die drei drachen aber easy weggesnackt da würde ich sagen haben wir ja schon die klein wieviel kann das wird zwei oder was zwei ja und sechs herzen sechs herzen ich habe hier auch noch mal kralle und 21 herzen das heißt aber schon gut was geschafft war jetzt ein bisschen mühsam die viecher zu finden aber wir haben es geschafft und den nächsten teil machen wir dann offscreen also da werden wir den rest jetzt einfach noch mal zusammen fahren damit wir bald dann auch mal diesen titan holen können das war synchron ja und ach so die krokodile müssen wir noch machen aber ansonsten haben wir dann alles ja wir fahren das jetzt zwischen den folgen weil es kann ja keiner mit ansehen auf dauer ja es ist ja auch einfach langweilig also bis zum nächsten mal gehabt euch wohl schüssi kowski tschüssi